Herr Letterer, wie finden Sie mein Haus? Nun, sehr, sehr geschmackvoll. Aber es hängen Erinnerungen an diesem Haus. Darum wollte ich Sie bitten, mir eine Kopie anzufertigen. Ein Modell? Die alte Letterer. Du willst ein Jahr damit verbringen, für eine Frau ein Modell zu bauen. Sie ist nicht eine Frau. Sie ist die Frau. Hier geht's zum Schlafzimmer von Frau Mohr. Ich weiß. Soll das Schlafzimmer am Ende im Modell fehlen? Ich wusste doch. Dieses Modell, das wird Realität. Das wird... mein Meisterstück.